So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDigge. Heute ist bei mir der 29.12. Das Video werde ich auch heute direkt noch raushauen. Eigentlich habe ich für etwas anderes gedacht, aber dann habe ich gemerkt, es ist auch bald Silvester, Neujahr, Neujahrsevent, das Winter-Event, die Winterfeiertage gehen zu Ende. Wir gucken nochmal kurz hier in den Heute-Tab. Da steht nämlich Pokémon Go Feiertage Teil 2 endet in 2 Tagen und 9 Stunden. Wilde Event-Pokémon erscheinen, in Raids erscheinen Event-Pokémon. Begegne Event-Pokémon nach Feldforschungen und bewahre 2 Millionen Geschenke in deinem Itembeutel auf, du Verrückter, du. Winterliche Wünsche. Joa, ist dasselbe. Da habe ich mich ja für den Sternstaub entschieden, genau. Und die Jahreszeit, also. Was stand im Fokus von dem Weihnachtsevent, Winter-Event? Natürlich Evoli. Ihr seht es ja hier auch an unserem Hintergrundbild. Das ist das offizielle Bild zum Event, wo ihr überall Evolis und seine Entwicklungen seht mit Weihnachtsmützen. Was beim Evoli irgendwie am besten aussieht, weil dann ist es wenigstens eine fette Mütze. Bei den anderen geht das irgendwie immer ein bisschen unter und hängt so schief rum. Was ich auch lustig finde, alle sind fröhlich. Guckt mal die fröhlichen Evoli-Gesichter. Flammare lächelt ein bisschen. Fully Purba ist ja eigentlich Glaziola. Gibt es nicht. Ist unsichtbar. Alle fröhlich. Und Psiana hat einfach nur ein Gesicht. Psiana, das Pokémon ohne Emotion. Genauso wie Nachtara. Da ist Glaziola. Wird gerade vom Bären zerfleischt. Sehr schön. Also, was haben wir gelernt? Macht niemals Psiana oder Nachtara. Das sind die traurigsten Pokémon-Evoli-Entwicklungen der Welt. So. Worum geht es eigentlich jetzt hier in dem Video? Ich gehe mal hier auf meinen Beutel mit Pokémon. Habe mir hier Tags gemacht. Und hier steht jetzt Video. Das möchte ich dann noch nach Nummern sortieren. Und möchte mal so ein kleines Shiny-Update machen. Es gab viele neue Shinies, die ich noch gar nicht gezeigt habe. Es gibt einige Sachen, die muss ich auch noch entwickeln. Und dann möchte ich noch ein kleines Gewinnspiel eben gerade zu den Evolis machen. Was gab es zuallerletzt? Es gab Pikachus. Pikachus mit Hemd. Aus Singapur, glaube ich. Ich war nicht in Singapur. Ich habe geschlafen. Singapur, sehr gute Zeit immer. Deswegen, das habe ich mir getauscht. Genauso wie das. Fertig. Ich habe also auch keine weiteren Pikachu auf meinem Account. Ich kann euch also auch keine davon anbieten, geben. Wie auch immer. Sonst habe ich ja das immer gerne gemacht. Dass man jetzt sagt, wir haben fünf Hemd-Pikachu verlost. Weil die halt einfach cool aussehen. Diesmal hat es also kein grünes Hemd, sondern so ein lilanes Hemd gehabt. Pikachu ist auch hier ein männliches. Finde ich cool. Ist jetzt hier in der Sammlung mit drin. Gehört auch rein. Genauso wie das hier mit den Ballons, die diesmal auch statt grün eben eher so in diesem lilanen Touch sind. Wer das nicht wusste, wenn ihr die Ballons nicht richtig seht, ihr könnt das festhalten und ein Stück nach unten ziehen. Damit ihr alles seht. Gerade bei den Jubiläums-Ballons. Ballons? Ballons? Ja. Da kann man nichts falsch aussprechen. Nicht wie bei Bonbons. Ist das wichtig, weil da ist ja eine ja eine Fünf. Die sieht man sonst gar nicht. Dann sehen die gleich aus. Dann haben wir hier Pandimos. Scala Pandimos. Gibt es ja im Feldforschungsdurchbruch. Konnte man auch bei den Elite-Raids bekommen. Das war auf jeden Fall sehr brutal, weil die dann um die Arena rumgespawnt sind. Jetzt gab es die aus diversen anderen Forschungen noch. Befristeten Forschungen hier, da, sonst was. Ja. Ich habe relativ früh eins bekommen von, ich muss nur mal kurz schauen, von Raincloud Gaps. Der hat mir eins getauscht, hat mir das angeboten. Grüße gehen raus. Das ist der kleine Account vom, ich glaube, Cumulus. Aus, wenn ich mich nicht irre, ist leider Lucky geworden. Jetzt sagt ihr, das sieht doch voll cool aus, Lucky. Aber ihr wisst, wie ich dazu stehe. Ich möchte die so haben, wie die sind. Zum Glück habe ich noch zwei andere bekommen. Das heißt, das kleine werde ich wieder so lassen, wie es ist. Und das größere von den beiden muss ich jetzt trotzdem im Video nochmal entwickeln. Damit ich eben auch das Shiny Galapandifrost habe, ohne diesen betörenden Hintergrund. Der aber bei dem Pandifrost, ja, da sind wir ehrlich, wirkt jetzt gar nicht so schlimm. So, aber es ist trotzdem schön mit dem Eishintergrund. Das ist nämlich wichtig, dass ihr schön den Eishintergrund habt. Ihr habt hier den Eishintergrund und da auch. Weil wenn ihr das so habt, seht ihr ja gar nicht, was ist das denn überhaupt für ein Typ. Da ist ja alles nur Gold. So habt ihr schön den Eishintergrund, der ist vielleicht nicht so spektakulär. Da sieht das fast schon genialer aus. Aber darum geht es nicht. Der ist auch jetzt vollständig. Was es auch noch gab letztes Mal im Feldforschungsdurchbruch, war Ninja Tom. Das war auch so brutal, da ranzukommen. Dann hatte ich Glück auf einem kleinen bekommen, hier rübergetauscht, fertig. Ich glaube, Ninja Tom ist mittlerweile jetzt eines der seltensten Shinies mit. Weil ihr hattet nur viermal die Möglichkeit, da ranzukommen. Musstet Glück haben, dass es auf jeden Fall, weiß ich nicht, Ninja Tom wird wahrscheinlich immer irgendwas Brutales, Besonderes bleiben. Dann gibt es ja Formios. Zwei Stück gab es schon immer. Also was heißt schon immer? Die Normalform wurde irgendwann mal als Shiny eingeführt. Die konnte man die ganze Zeit bekommen. Das ist das eine. Dann hatten wir die Regenform, die wurde später eingeführt, die dann auch Shiny sein konnte. Mehr gab es noch nicht. Jetzt, zu dieser Jahreszeit, wurde aber die Sonnenform eingeführt als Shiny. Und ihr könnt sogar schon die Schneeform hier sehen, weil die gibt es jetzt auch. Aber, weiß ich nicht, wohl nicht in unserer Region oder so. Gibt es schon irgendjemanden, der die Schneeform als Shiny hat? Schreibt es mal rein. Ich habe auf jeden Fall die Sonnenform bekommen. Auf dem Samyang-Account hat mir den rübergetauscht. Ja, guck hier. Samyang-Buldak-Durchtausche halten. Habe jetzt auch diese Sonnenform. Sieht auch sehr cool aus, muss ich sagen. Gerade mit diesem Feuerhintergrund. Wie findet ihr? Das habt ihr schon Sonnenform hier bekommen. Ist ein cooles Shiny. So, dann haben wir hier Felilu. Felilu ist ja auch eher ein neueres Shiny, was ich jetzt im Video noch nicht entwickelt habe. Wir werden das Kleinste wieder so lassen, wie es ist. Wir werden das Höchste entwickeln zu Kleoparda. Und ihr habt oben schon ein paar Evoli-Entwicklungen gesehen. Die lassen wir jetzt erstmal weg. Guckt da gar nicht hin. Das geht euch gar nichts an. Ja, konzentriert euch auf die Katze. Die eine sitzt am Fenster. Die andere ist rot. Dieser Unlicht-Hintergrund. Sieht immer aus wie auf dem Polizeirevier. Hä? Gut. Pet Sneef. Pet Sneef haben wir auch. Zwei Stück hier gerade am Start. Wir lassen das kleinere, so wie es ist. Das ist damals von Pupsi gewesen. Deswegen hatte ich das Bubi-Pet genannt. Von 2020, das ist also auch schon zwei Jahre her. Das Größere werden wir jetzt trotzdem auch nochmal entwickeln. Zu Siberio. Früher konntet ihr das Pet Sneef ja fangen. Mit Kostüm. War nicht entwickelbar. Seit diesem Event kann man auch dieses Kostüm-Pet Sneef entwickeln. Zu einem Kostüm Siberio, der jetzt hier auch unsichtbar wird und nicht angezeigt wird. Ist der neue Trend wahrscheinlich, weil die das jetzt mit vielen Sachen machen. Dass sie einfach sagen, okay, damals haben wir gesagt, darfst du nicht, darfst du jetzt schon, müssen wir gar nichts machen. Und die können einfach das alte Zeug entwickeln und sind dann glücklich. Und so ist es auch. Die Leute sind glücklich. Guckt euch die Leute an. Dann haben wir hier Arctip und Arctillas. So. Das ist das Normale. Das wurde ja auch als Shiny eingeführt jetzt im Event. Das Kleinste. Lassen wir einfach wieder so. Das Größte entwickeln wir jetzt hier. Und dann habt ihr ja noch das Hisui-Actillas. Was ja den Raid-Day hatte. Den ich auch in Meiningen gespielt habe. Mit Pupsi, Marie. Wir da am 24. Also eine kleine Tour gemacht haben. Da rumgelaufen sind. Und ich dann im Stream auch eins bekommen habe. In meinen freien Pässen, die ich genutzt habe. Das fand ich cool. Dass man da nicht hier 100 Raids machen muss. Sondern, dass das einfach bei den freien Pässen dann dabei war. Jetzt haben wir hier dieses Shiny-Actillas. Aber ich muss sagen, mir gefällt natürlich die Hisui-Variante hundertmal besser. Dieser Schneeschieber. Mit diesen Gesteinsbeinen und diesem Orangenbart. Oder? Das sieht doch richtig genial aus. Richtig geniales Pokémon. Wenn ihr da drauf drückt, dann macht er auch die Schnute auf und sagt, Hallo, was geht? So. Mehr ist es nicht. Jetzt kommen wir aber zum Knackpunkt der ganzen Sache. Nämlich den Evoli-Entwicklungen. Ich habe schon mal mich darum gekümmert. Psyjana. Wenn ihr den Namenstrick schon verwendet habt. Ich kann es nochmal kurz erwähnen. Nehmt ein Evoli als Buddy. Lauft mit dem 10 Kilometer. Guckt auch, dass der wirklich 10 Kilometer dann erlaufen hat. In der Zeit zwei Bonbons gefunden hat. Daran könnt ihr euch orientieren. Der braucht nämlich 5 Kilometer für einen Bonbon. Und dann müsste dieses Fragezeichen beim Entwicklungsbutton sich umändern. Wenn es gerade tagsüber ist, könnt ihr Psyjana entwickeln. Wenn es gerade nachts ist, könnt ihr Nachtara entwickeln. Psyjana mit Hut, Shiny, haben wir also hier. Nachtara mit Hut, Shiny, haben wir hier. Nachtara auch das gleiche. Evoli als Buddy nehmen. 10 Kilometer mit dem Buddy laufen. Sodass ihr zwei Bonbons findet. Und dann müsste die Silhouette schon vom Nachtara auftauchen, wenn es nachts ist. Wenn ihr nicht wisst, ob es tagsüber oder nachts ist. Ihr seht es ja am Entwicklungsbutton mittlerweile. Die zwei über das Buddy-Feature also entwickelt. Bei Felinara müsst ihr 70 Buddy-Herzen bekommen. Ihr müsstet dazu nicht mal laufen. Ihr könnt auch jeden Tag einfach nur einen Schnappschuss machen oder füttern. Sobald ihr also die Freundschaftsstufe 2 erreicht habt mit eurem Evoli, könnt ihr es zu Felinara entwickeln. Da wird dann auch angezeigt, Felinara oder Psyjana oder Nachtara, je nachdem. Weil wenn ihr damit gelaufen seid, hat das ja trotzdem die 10 Kilometer schon voll. Und vielleicht dann irgendwann auch die zwei Herzen voll, könnt ihr euch also zwischen den beiden entscheiden. Hat ja auch einen Hut, fällt gar nicht auf, sieht voll komisch aus. Dann, ich hoffe, ich lasse nichts weg, genau. Glaciola von die Purva. Glaciola muss man ja an einem Gletschermodul entwickeln. Und Folie-Purva an einem Moos-Modul. Ich habe jetzt hier noch kein Folie-Purva auf der Hand, wie ihr gesehen habt. Dazu möchte ich jetzt mal hier raus. Möchte mal ganz kurz hier drauf. Habe mir hier einen Account zurechtgelegt. Aha, nee, 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 warte. Jetzt hätte ich es schon wieder fast falsch gemacht. Wenn ich diesen, wenn ich jetzt hier ein Moos-Modul dran zünde, dann ist ja jedes Evoli, was ich entwickle, dann ein Folie-Purva. Ich muss also erst Aquana, Flamara und Blitzer machen. Denn für die gibt es keine Tricks. Wenn ihr den Namen einmal hattet, ist das völlig random. So, jetzt kommt der schwierige Teil also. Wir gehen auf unsere Pokémon. Wir geben mal ein Schiland. Drücken wir es so rein und machen Evoli. Und jetzt sortiert nach Funddatum. Wir drücken uns einfach durch. Wir gucken gar nicht auf die WP. Wir machen das jetzt einfach so. Oder gucken wir doch auf die WP. Aber ich will eigentlich die Höchsten immer. Wir haben, wie viel haben wir denn? Da fängt es an. Wir haben also genau zwölf Stück mit Hut, mit Kostüm. Ich glaube, das Allerhöchste würde ich zu Folie-Purva noch machen, weil das was Besonderes ist. Aber dann fangen wir mal hier an. Nehmen wir dieses 605er. Der erste, der passt sowieso. Weil ich brauche Aquana, Flamara, Blitzer. Der erste, egal was da kommt, es passt. Es zählt zur Reihe dazu. Und der erste ist ein Blitzer. Sehr schöne Limettenfarbe. So, der zweite. Oh mein Gott. 2, 5, 6. Ne, der obere, der 6 ist ja gut. Dann gehen wir mal auf den zweiten hier mit 5. Den 600 noch was wollte ich dann zu Voli-Purva machen, genau. Jetzt bitte kein Blitzer. Du darfst Flamara oder Aquana werden. Der zweite geht meistens auch noch gut. Und es ist ein Flamara. Jetzt müssen wir also so lange Evolies entwickeln, bis wir einen Aquana haben und hoffen, dass sich das ausgeht. Wir nehmen also gleich hier dieses 400er noch was. Dann hoffen wir auf einen Aquana. Genau der, der ganz links hier im Bild ist. Der fehlt jetzt noch. Dieser Aquana. Ja, der riecht nämlich männlich. Das Gute ist, falls ich jetzt einen doppelt habe, wie dieses Blitzer, könnte man das jemandem geben, der nur drei hatte und zweimal Aquana bekommen hat, aber dem Blitzer fehlt. Adi jetzt mal Nischia davor. Nein. So, nehmen wir den. 612 entwickeln den. Wir brauchen immer noch Aquana. Das heißt, ich habe einen Blitzer zu viel. Babyschatz. Adi Schatz. Adi Schatz. Baby Schatz. Nochmal Blitzer. Boah. Das heißt, ich habe zwei Blitzer zu viel. Blitzer, Blitzer, Blitzer. Drei Höhne hier. 400. 400. Dann gibt mir halt wenigstens noch ein Flamara zu viel. Dann gleicht es sich besser aus. Das wird vielleicht auch gleich wichtig fürs Gewinnspiel sein, wenn einer sagt, yo, oh, Aquana. Aquana ist da. Super. Das heißt, mit dem bin ich jetzt auch fertig. Neuer Rekord. Aquana ist am Start. Ich habe zwei Blitzer zu viel. Fehlt noch jemandem ein Blitzer? Dann schreibt es mal in die Kommentare, aber noch nicht jetzt. Wartet erst kurz ab. So, und jetzt kommt noch Trick 17. Auf diesem Account habe ich ein Moos-Modul rumliegen. Denn mit dem Account mache ich sowieso nichts. Nichts. Hier werde ich jetzt ein Moos-Modul aktivieren. Einfach nur, damit ich jetzt hier noch ein Evo-Li schillernd Evo-Li. Evo-Li. Nämlich dieses 600 noch. Und ihr seht schon da. Aha, die Silhouette ist da von Fully Purpa. 25 Bonbons brauche ich. Und Moos-Modul muss da sein. Kein Problem. Mache ich hier ein Evo-Li zum Fully Purpa entwickeln. So, und jetzt habe ich mir gedacht, wäre es vielleicht cool, wenn wir mal wieder ein Gewinnspiel machen. Und falls ich noch fünf Evo-Li übrig habe, die ich nicht brauche, würde ich fünf Evo-Li nämlich verlosen an die Community, falls noch einer eins braucht zum Entwickeln oder falls einer gar keins bekommen hat. Evo-Li ist, denke ich mal, eine gute Sache, weil Pikachu gibt es bei so vielen Events, Evo-Li auch so viel, hatten beide ihre Sea Days. Also, dass da jemand schon einen Shiny hat und es dann also günstig beim Traden ist, das ist eigentlich, die Vermutung liegt da. Jetzt guckt mal hier. Und was soll ich euch sagen? Wir haben genau noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs übrig. Das heißt, eins behalte ich, dass ich dieses Evo-Li noch habe und fünf Stück werde ich verlosen oder kann ich verlosen. Und wie machen wir das Ganze? Ihr wisst, normalerweise habe ich Gewinnspiele immer am Dienstag gemacht. Da konnte man dann Kommentare schreiben und am Montag darauf, eine Woche später, wurde das aufgelöst. Jetzt ist bei euch dann Donnerstag. Das heißt, ihr habt weniger Zeit. Es betrifft wohl also nur eher die aktiven Leute, die immer alles gucken und machen und tun. Ihr schreibt einen Kommentar unter dieses Video und unter allen Kommentaren wird dann ausgelost. Am Montag um 21 Uhr. Ihr müsst im Stream anwesend sein, wenn ihr gezogen werdet, damit man hier auch, okay, passt. Wegen Absprache gleich. Wo ich euch erreiche, wie ihr mich erreicht, hin und her. 21 Uhr, Montag, Verlosung. Kommentare unter diesem Video. Aber euer Kommentar muss folgendermaßen aussehen. Erstens brauche ich natürlich wieder euren Ingame-Namen. Wer ihr seid, wie ihr heißt, ne? Ingame. Damit es da keine Fakes gibt. Dann, ja, könnt ihr mir gerne schreiben, wie ihr das Winter-Event fandet. Das ist der Punkt 2. Wie hat euch das Winter-Event gefallen? Hat es Spaß gemacht? Was waren eure Ziele? Wie fandet ihr die Spawns? Und im Vergleich auch zum letzten Jahr oder so, war es für euch mehr, weniger? Oder habt ihr vielleicht letztes Jahr noch gar nicht gespielt? Also, Trainername. Fazit vom Winter-Event. Gerne eure Meinung da rein. Interessiert mich brennend. Und als drittes, bitte eine Angabe, ob ihr schon ein Shiny Evoli registriert habt oder nicht. Ist wichtig für den Tausch. Plus, könnt ihr dazu sagen, welches euch jetzt von diesen Kostümierten fehlt. Wenn euch alle fehlen, dann alle. Oder wenn ihr sagt, ihr braucht noch genau einen Blitzer, dann würde das auch gut passen. Welche habt ihr also bekommen beim Entwickeln und welche nicht. Da mal rein, dass wir das wissen. Ist für den Tausch gut. Vielleicht sagt ja einer, yo, ich möchte, ich habe gewonnen und ich würde direkt das Blitzer nehmen. Ich würde nicht mal ein Evoli nehmen, ich würde direkt das Blitzer nehmen, weil mir das noch fehlt. Kann ja auch sein. Und als viertes kommt ein Hashtag natürlich. Ich sehe, es steht schon wieder so kompliziert, dass das hier keiner hinkriegt. Als viertes ein Hashtag und ein Hashtag, da habe ich eine Frage an euch. Wie hieß das Lied, was ich dieses Jahr mit dem ISWO am 24.12.18 Uhr auf meinem Kanal als Premiere hochgeladen habe? Wie hieß das Weihnachtslied, was ich dieses Jahr für die Community gemacht habe? Also der Titel von dem Weihnachtslied als Hashtag an vörter Stelle hier. Erstens Trainername. Zweitens Fazit. Drittens, welche Evolis ihr noch braucht. Plus, ob ihr schon ein Shiny registriert habt. Und viertens Hashtag da den Titel hin von dem Dings. Also ein Hashtag Zeichen machen und den Titel hinschreiben. Könnt ihr alles groß schreiben und zusammen. Könnt ihr alles klein schreiben und zusammen. Könnt ihr groß, klein, abwechselnd schreiben, wie ihr wollt. Hauptsache, der Titel steht zusammen, damit es ein Hashtag ist und ist richtig geschrieben. Groß und Kleinschreibung ist diesmal völlig egal. Das ist alles. Dann sehen wir uns am Montag 21 Uhr bei der Verlosung von 5 Shiny Evoli. Und wenn einer sagt, ich brauche das Blitzer direkt, das ist das, was mir noch fehlt. Die anderen zwei Flamara Aquana habe ich bekommen. Dann geht das natürlich auch. Schreibt rein, was ihr noch braucht, was ihr nicht braucht, ob ihr was bekommen habt. Schreibt euch einfach die Finger wund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Evoli. Peace out for out. Euer Ramses.